Was geht ab Leute, euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werde ich euch auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles Feature zeigen, was jetzt demnächst in Fortnite reinkommen wird und welches wir benutzen können. Bevor es aber damit losgeht, Freunde, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lassen würdet. Vergiss doch nicht, meinen Support-O-Creator-Code ffpz-yt einzutragen und Freunde, checkt die Videobeschreibung aus für Gewinnspiele und günstige Game-Keys. Jetzt erstmal genug ihr Quatsch, starten wir doch mal direkt mit dem eigentlichen Video. So Leute, nachdem die neue Season jetzt nun am Start ist, gibt es auch sehr viele Leaks da draußen in der Wildnis. Nun ist es soweit, ein weiterer Leak ist jetzt am Start und ich werde das Ganze euch jetzt zeigen. Und zwar, Freunde, da handelt es sich hierbei um ein Schließfach bzw. ja so ein Klamotten-Speichersystem, Outfit-Speichersystem, Kombinations-Speichersystem. Es ist sehr schwer zu sagen, wie man das Ganze auf Deutsch nennen wird, aber auf jeden Fall soll uns damit möglich sein, mehrere Konfigurationen unseres Spindes zu speichern und sozusagen per Knopfdruck mehrere Gleiter, Rücken-Accessoires, Spitzhacken gleichzeitig miteinander zu kombinieren. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild hier im Hintergrund, dann könnt ihr sehen, wie das Ganze ungefähr ausschauen soll. Klar, Freunde, das ist jetzt nur so ein Konzept, aber trotzdem würde das ungefähr so aussehen, wie das Epic Games jetzt designt. Wissen wir natürlich am Ende des Tages nicht, aber ihr seht, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Funktion. Denn somit, Freunde, könnt ihr hingehen und eure coolsten und eure Lieblings-Outfits hintereinander speichern und dann, je nachdem, wie ihr Bock drauf habt, könnt ihr die dann halt dementsprechend anziehen. Aber woher kommt das Ganze denn einfach so? Nein, natürlich nicht, Freunde. In den Ingame-Files wurden halt mehrere Dateien gefunden. Kann ich euch ja jetzt gerade auch mal im Hintergrund zeigen. Sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber, Freunde, ihr seht ganz oben, Cosmetic Locker. Soll auf jeden Fall reinkommen und das ist auf jeden Fall zu 100% in den Gamefiles drin. Und für uns heißt es jetzt eigentlich einfach nur abwarten, abchillen und schauen, wann das Ganze denn reinkommt. Meiner Meinung nach auf jeden Fall eine ganz geile Geschichte. Ich wollte persönlich immer schon sowas, damit ich euch beispielsweise meine Lieblings-Outfits zeige oder mehrere Videos machen kann, die besten Kombinationen. Aber das Ganze dann einem sehr leichter fällt, da man nicht irgendwie sich komische Bilder oder so raussuchen muss oder das Ganze immer wieder neu einstellen muss, sondern man kann die Presets dann halt herstellen und dann kann man die halt einfach euch vorstellen, nutzen oder sonst was. Es ist auf jeden Fall ein cooles Feature, was natürlich sehr viel Arbeit erspart. Eure Meinung dazu gerne unten in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall extremst interessieren. Und im Großen und Ganzen gibt es dann auch eigentlich keine weiteren Informationen diesbezüglich. Wollt euch einfach nochmal ganz kurz und knackig darüber informieren, was da draußen jetzt abgeht und dass wir jetzt echt so ein cooles Feature bekommen werden für Fortnite. Und ja, eure Meinung, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen hin und her diskutieren. Lasst uns schauen, ob es euch gefällt, ob ihr Verbesserungsvorschläge diesbezüglich habt oder auch irgendwelche Ideen. Und schreibt auch gerne rein, wann ihr denkt, dass das Ganze reinkommt. Würde mich auch interessieren. Und das, Freunde, soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne mal einen Daumen da lassen. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wäre da mal raus. Haut rein, geht mit dem Flow. Euer Fraps und ciao. Bis zum nächsten Mal.